Lensesatama bzw. Westfahemnens zu Deutsch Westhafen ist der Name sowohl eines Hafens als auch eines Stadtteils in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Lensesatama befindet sich im Südwesten der Halbinsel Helsing-Inyemi, auf der sich das Zentrum Helsinkis befindet. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezieht sich Lensesatama meist auf den eigentlichen Hafen. Während die übrigen zum Stadtteil gehörigen Gebiete besser unter ihren jeweils eigenen Namen bekannt sind, Geschichte Vom Hafen am Stadtrand zum Stadtteil im Zentrum Bis ins frühe 20. Jahrhundert lag die Gegend am äußersten Rand von Helsinki und war zu einem großen Teil noch vom Meer überflutet. Nebenan lag der in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründete Hafen Chitalati, als dessen Erweiterung der Westhafen im Jahr 1913 entstand. In den folgenden Jahrzehnten wurde er kontinuierlich vergrößert. Dies geschah vor allem durch Aufschüttungen, die die Küstenlinie radikal veränderten. Die Landfläche wurde immer größer und mehrere kleine Inseln wurden dabei vom Festland verschluckt. In der Umgebung des Hafens ließen sich auch Industriebetriebe nieder. Noch in den 1970er Jahren wurde der Hafen erweitert. Ursprünglich am Stadtrand gelegen, war Lensisatama jedoch aufgrund der starken Wachstums von Helsinki zu einem Teil der Innenstadt geworden. Die Nutzung der inzwischen wertvoll gewordenen Landfläche für Logistik und Industrie wurde von vielen als wenig sinnvoll angesehen. Und auch der durch den Hafen bedingte Eisenbahn- und Lkw-Verkehr stellte ein Problem dar. Da er das ohnehin strapazierte Verkehrssystem der Innenstadt zu überlasten drohte. Daher wurden in den letzten Jahrzehnten die Hafen- und Industriebetriebe zunehmend an andere Orte verlegt und damit begonnen, Lensisatama in einen urbanen Stadtteil mit Wohnungen, Büros und so weiter umzuwandeln. Dieses Bauprojekt, durchaus mit internationalen Parallelen wie der Hamburger Hafencity vergleichbar, begann Ende der 1980er Jahre mit dem Bau von Ruoholati und später auch Samisari. Hier entstanden Neubauten für ca. 6.000 Einwohner und 12.000 Arbeitsplätze. Auch in Munkisari wurden Wohnungen gebaut. Im Jahr 2008 wurde mit der kompletten Verlegung des Containerverkehrs nach Ruoholari ein noch größeres Areal in Jedkesari für Neubauprojekte frei. Hier sollen bis zum Jahr 2020 weitere 16.000 Einwohner und 6.000 Arbeitsplätze unterkommen. Die künftige Einwohnerzahl des gesamten Stadtteils wird auf 26,000 bis 28,000 geschätzt. Im nunmehr flächenmäßig wesentlich verkleinerten Hafen verkehren heute hauptsächlich Passagierschiffe. Der Passagierverkehr soll auch in Zukunft erhalten bleiben, ähnlich wie im Südhafen Helsinkis. Auch die nebenanliegende Werft Hitalati soll bis auf Weiteres erhalten bleiben, wenn auch in verkleinerter Form. Von der industriellen Vergangenheit des Stadtteils zeugen inmitten der Neubauten weiterhin das Kohlekraftwerk Samisari sowie einige andere. Inzwischen oft umfunktionierte Industriegebäude wie die in ein Kulturzentrum umgewandelte Kabelfabrik die Teilgebiete des Stadtteils. Der Stadtteil Lensesatama besteht offiziell aus vier Teilgebieten. La Pellati ist das nördlichste Teilgebiet des Stadtteils und das einzige, das nie Teil des Hafen- oder Industriegeländes gewesen ist. Es wird größtenteils vom Friedhof Hitanjemi, dem bekanntesten Friedhof Helsinkis, eingenommen. Außerdem befinden sich in La Pellati auch ein islamischer und ein orthodoxer Friedhof. Des Weiteren befindet sich hier das 1841 nach Plänen von Karl Ludwig Engel fertiggestellte Krankenhaus La Pellati mit seinem Park. Das Teilgebiet Ruheholati ist ein im Wesentlichen in den 1990er Jahren Erbautes Wohn- und Bürogebiet. Auch der zur selben Zeit erbaute Nordteil des Teilgebiets Jedkesari wird im allgemeinen Sprachgebrauch meist zu Ruheholati gezählt. Offiziell umfasst Ruheholati außerdem das Kleingebiet Sael-Misari. Dort befindet sich inmitten von neun Bürohäusern Uar. Noch immer ein Kohlekraftwerk und die in ein Kulturzentrum umgewandelte Kapeleit das Jedkesari. Jedkesari ist von Ruheholati durch einen zur Verschönerung der Landschaft gegrabenen Kanal getrennt und faktisch eine Insel. Es bestehen jedoch mehrere Brücken. Abgesehen von seinem nördlichen, im allgemeinen Sprachgebrauch oft zu Ruheholati gezählten Teil wurde Jedkesari bis Ende 2008 vollständig vom Hafen eingenommen. Bis zum Jahr 2020 soll auf dem nunmehr freigewordenen Hafengelände eine weitere Wohn- und Bürogegend für 16.000 Einwohner und 6.000 Arbeitsplätze entstehen. Mungkesari ist eine Halbinsel südwestlich der Stadtteile Punawuri und Aira. Sie liegt gegenüber von Jedkesari, jedoch besteht keine direkte Landverbindung zum übrigen Stadtteil Lensesatama. So gehört denn auch Mungkesari zum Stadtbezirk Ulanlena, während alle übrigen Teilgebiete von Lensesatama zum Stadtbezirk Kampin-Malmi gehören. Auf dem Gebiet des Teilgebiets Mungkesari liegen Ua, die Werft Jitalati und Teile des Westhafens. Auch das in den Jahren 2005 bis 2008 erbaute exklusive Wohngebiet Airanrente befindet sich hier. Es gibt Pläne für einen weiteren Ausbau des Wohngebiets bis in den als Herne Sari bezeichneten Südteil der Halbinsel. Der Hafen heute, der eigentliche Westhafen ist organisatorisch keine eigene Einheit, sondern Teil des Hafens Helsinki. Der außerdem den Südhafen im unmittelbaren Stadtzentrum und den Hafen Wuo-Sari im Osten der Stadt verwaltet. Seit der Verlegung des Containerverkehrs nach Wuo-Sari dient der Westhafen heute hauptsächlich dem Passagierverkehr. Der hauptsächliche Kai des verbliebenen Hafens liegt in Jedkesari. Hier legen die großen Fähren an, die täglich zwischen Helsinki und Tollen verkehren. Während die zwischen den beiden Städten verkehrenden Katamarane den Südhafen benutzen, ein weiterer Kai befindet sich in Munkisari. Hier legen vor allem im Sommer ausländische Kreuzfahrtschiffe an. Die nebenanliegende Werft Jitalati zählt man nicht zum eigentlichen Westhafen. Die nebenanliegende Werft Jitalati zählt man nicht zum eigentlichen Westhafen.